Ich weiß auch nicht, was ich werde. Ja, das macht nix, aber auf alle Fälle wissen wir, Terraner können nur zwei Sachen. Entweder droppen oder Tanks bauen. Oh, ich hab letztens noch mal die schöne Folge 100 gesehen. Oh, das hat mich so gefreut. Bestens war immer, wie du meine Swarm Homes verpasst hast. Das war ja genial, du bist immer genau dann angekommen. Ich bin genau dann angekommen, wenn du weggelaufen bist. Das fand ich unfair. Das war aber auch Pech, so. Jetzt hab ich's gesagt. Ja, also da muss ich dir zustimmen. Das war ein bisschen glücklich, dass ich das so geschafft habe. Aber war witzig. Also mir hat's dir gefallen. Ja, stimmt. War witzig, ehrlich. So, apropos, du hast deine Einleitung vergessen, der Algorix. Was ist da los? Ah ja, hallo und herzlich willkommen zu der Algorix. Seit du die Klausuren hast und Student bist und so, bist du total der Snob geworden, weißt du? So, zack. Ich wollte auch noch ein bisschen mit der Lautstärke von Zauberkunft gehen. Nee, das ist sinnlos. Nee, das ist sinnlos. Ja, das flüchtig auch. Ich hoffe, du bist laut genug im Vergleich zum... Ja, ja. Aber müsste eigentlich, weil ich würde dich ja... Diesmal versuche ich nicht, Stargate vergessen anzudrücken. Äh, Stargate sag ich schon. Äh, Warpgate. Doppel Terraner war das, ne? Jo. Du kommst nicht rein. Große Überraschung. Guck. Die Luft ist hier so rein. Ähm... War das Schuh des Manitous oder wo ist das hin? Ja, das war Schuh des Manitou. Zack. 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 Dann fahren wir mal da schon mal nach unten, na? Ich komm übrigens beim Gegner nicht rein, ne? Hab ich schon mal gesagt. Ja, hab ich schon gemerkt. Ich hab mal auf die Map gesprüht. Sag ich ganz gerne allerdings. Das guuuut. Beste setzt du vielleicht auch hier vorne wieder einen Pylon, ne? Und nicht den Adepten gleich vergessen. Wollen die auch mal. Darf ich vielleicht erst die Dinge setzen? Die, äh, Expansion? Ja, die müsste eigentlich jetzt schon dastehen. Ne, das ist bei mir immer ein bisschen... Nicht Sellit. Das ist bei mir immer ein bisschen langsamer. Kann sein. Weil ich nie Geld habe! Was dauert denn mein Pylon so ewig? War falsch eigentlich. Weil... Was? Kann ich genau das gleiche nehmen. Kann man hier irgendwie Kredit aufnehmen? Wann nimmst du jetzt denn deine... Echse? Ja, wie ich Geld habe! Die Echse ist wichtiger als... Warp-Gate. Als dein Adept nicht unbedingt. Kommt drauf an, wann du es nimmst, aber... Ne, Warp-Gate ist schon wichtig. Sonst passiert das gleiche wie vorhin. Ne, hier. Ein Piper scheinbar vom Gegner. Das ist ein bisschen... Meine Ex ist jetzt gleich schon fertig. Ja, meine kommt halt ein bisschen später. Ne, ne, ne. Das nennt man Team-Ausgleich. Ja, weißt du? So... Der eine, der macht die Einheiten und der andere ist der Heave. Ja, Pruhachchen. Mineralien. Wir müssen mal den Ursadon umbringen. Der ist nämlich nervig und läuft die ganze Zeit rum. Ja, der Ocelot. Den hilft mir auch noch. Wir spielen nicht Minecraft. Zumindest noch nicht. Den bringen wir auch um, wie viele Ursadons gibt's denn hier? Vielleicht haben sie mit Absicht gemacht, dass du genervt bist. Ja, ich glaube auch. David Kim gedacht, so geht das ja nicht. Das geht doch nicht. Warte, ich könnte mir ein paar Gateways mehr machen. Ich glaube, ich wäre jetzt ganz gut. Irgendeine Forschung ist abgeschlossen. Jetzt bitte gleich auch mal hier jeweils, dass du das siehst, Pylons, was da ist. Ja, Meister. Was denn? Was willst du denn? Ich bin überhaupt nichts von dir. Auf mich zu nerven, weißt du. Hat nur vor mich hingesuht, darf ich das nicht? Ich habe vor mich hingesuht. Ich habe vor mich hingesuht. Ja, Joachim Gugler ist ja noch im Urlaub. Das stimmt allerdings. Soll ich helfen? Nein. Oh, deshalb solltest du da einen Pylon nämlich hinsetzen. Mothership Core nutzt da auch. Ja, aber da stand doch ein Pylon. Was ist das denn? Ja, aber so, dass du es nicht gesehen hast. Wir brauchen da jetzt Einheiten. Das stimmt. Wo ist mein Mothership Core denn? Der steht auch da. Der ist im Fight gerade. Warum wird das denn? Aber darf ich gar nicht. Das wäre gemein. Was? Du willst meine Robo? Den Robo powern können mit meinem Bob das mal, dachte ich. Aber man darf nur seine eigenen Gebäude mit einem Bob das mal powern. Der kommt ja schon wieder an. Ja, Bob, da wird dir gleich Stalker hin, dass du es vertreiben kannst. Achso, Stalker. Ja, natürlich. Warum hat er da denn jetzt auch... Oh, der fliegt bei mir hinten rein! Pass mit den Riddlemines möglichst auf, ne? Aber die sind ja schon noch nicht mehr drin. Haben die Riddlemines alle getötet? Das wäre ganz gut. So. Ich habe einmal auf dein Gas geschossen. Das tut mir leid. Ich glaube, ich habe meine Worker... Ja, die stehen alle da. Tut mir leid. Da habe ich ein bisschen... Da habe ich nicht gewusst. So. Währenddessen bin ich ein bisschen... Irgendwo wird noch geballert. Ja, er hatte da Marines stehen, die er alle vergessen hat. Darf ich... Da muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da habe ich ein bisschen Panik gekriegt gerade. Ja, das ist nicht so gut. Panikding ist nicht... Das stimmt. Jetzt muss ich wieder Worker bauen. Habe ich meinen Mothership Core eigentlich verloren? Und immer noch nicht. Was macht der Gechner denn da? Sehr weise. Ich werde da nicht inzwischen. Was? Gut. Alles gut. Ich weiß nicht, was du willst. Aber gut. So. Was habe ich denn heute mit meinem Zoo eigentlich... Weiß ich nicht. Du bist im Stefan-Rad-Modus. Wir müssen... Wenn du gleich Lust hast, kannst du mal diese Rocks zerstören. Aber nur mit den Einheiten... Ja, wobei du hast jetzt genug in deiner Mane, dann mache ich das mal. Ja, das ist gut. Nein. Nein. Forschung abgeschlossen. Ich bin hier. Warum sind die Gates alle noch nicht ausgeklappt? Das wäre jetzt ganz geil gewesen. Widow Mine. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir haben übrigens auch einen Tank. Oh nö, Mama. Arocks Lieblingseinheit. Ja, das ist halt eins der drei Einheiten die Terraner kann... Schaffst du das da unten? Ja, er hat gerade mit seiner eigenen Widow meinst mich viel zerstört. Ich bin Sublay blockt. Also, was heißt schafft das? Ich werde hier... Also, ich versuche halt hier Schaden zu machen, ne? Das ist ja... Ja, das meine ich ja. Genau, das habe ich gemeint in Algorithm. Ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht so geil, muss ich sagen. Aber das kenne ich ja, das Gefühl. Warum bin ich schon wieder so play blockt, ey? Aber ich habe schon ganz guten Schaden gemacht, würde ich sagen. Ich vergesse auch mittlerweile immer wieder hier Schiff zu nehmen. Ja, so quasi, ne? Boah, meine Finger tun mir noch weh hier. Ich muss erst wieder meine Finger... Boah, wir müssen diese Rocks hier endlich mal rausnehmen. Kann ja nicht sein hier. Ich dachte, du schaffst das alleine! Ja, ich bin doch mit meiner ganzen Armee vorne. Ich habe gerade 35 Worker an meiner Natural. Ja, das ist gut! Mann, aggressiv ist das gut. Na, Gorix, das ist gut. So, lass mal weitermachen hier. Alles klar! Schaut deine Armee aus. Ähm, zieh mal... Lass mal hier so 5, 6 Storker stehen. Fand ich gut, ne, Gorix. Da hast du mir dann richtig in Kalauer rausgehauen, ne? Leck in der Marge. Hier kommen sie, gleich. Aufpassen. Hab ich gesehen, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Ja, dann lass doch deine Kolosse doch da. Okay. Also wenn sie da gleich rein droppen, wäre ganz gut. Ansonsten... Leider noch... Ist okay, wir brauchen dich vorne. Jetzt bin ich gerade wieder zurückgelaufen. Ist auf die 5, 6 Storker halt. Stormen! Ich hab noch keinen Storm. Tank! Ja, ich nehme den Tank mal raus, ne? Mit meinen Kolossen. Wir halten... Ich nehme mit meinem Kolossen mal den... Ich nehme mit meinem Kolossen... Jetzt greift doch an, ihr Autos! Und meine Einheiten haben wir wieder die dümmsten aller Zeiten. Roselle Charge ist gleich wenigstens durch. Ich hab nen Drop hinten drin. Warum noch nicht? Roselle Charge ist durch. Storm, wie gesagt, braucht leider noch. Ich hab immer noch nen Drop hier bei mir hinten drin, ne? Jaaa... Ich werde dir gleich versuchen zu helfen. Da könnte möglicherweise zu spät sein, ne? Da könnte möglicherweise zu spät sein, ne? Da haben wir das schon vor. Ja, der hat mir jetzt eigentlich alles hier weggenommen, was ich hatte. Boah, das ist so feige. Das ist wieder typisch Terraner. Weißt du, nix könnte. Boah, drauf. Ich hab nix mehr. Aber auch nix. Hast du nen Observer wenigstens? Den bräuchte ich nicht. Der ist schon wieder da! Ihr benötigt mehr Vespiengas. Sag doch was! Sag doch was! Hab ich doch! Setzt du mal den Counterpush! Ja, ich versuch's, aber ich hab halt keine Detection. Ich will sagen, ich bin tot. Was ist denn? Guck mal! Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich bin hier, in die Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, ich tank den Schaden, Ergo, äh, und du, äh, ne, quasi. Okay, der, der zieht sich zurück, der zieht sich zurück. Ja. Boi, spiel ich echt schlecht gerade. Auf auf Highlands bitte, Zarok, an deine... Ja, ich bin dabei. Ich bin am anderen. So geil. Warum haben wir denn eigentlich nirgendwo Detection, Zarok? Wir haben Detection. Nein, haben wir nie. Also einen. Du hast zwei Observer da stehen, Alter. Ja, wir brauchen die aber hinten. Zarok, bau was, gefährlichst. Ja, hinten? Wo denn? Einheiten bauen einfach. Ja, aber wo? Völlig egal, bau einfach welche. Ich muss powern! Ja, mach doch. Du hast immer noch nicht gepowert. Hier muss ein Pilot stehen, genau in der Mitte. Ich wurde auch gerade angegriffen. Ja, vor zehn Minuten. Ich weiß, das hast du nicht mitgekriegt, aber... Vor zehn Minuten, das muss ja inzwischen wieder alles in Ordnung sein. Ich bin hier. Sie kommen wieder. Wir sind eins. Ich bin hier in den Schatten. In der Mineralienfeld, Herrscher. Jetzt haben sie auch noch einen Liberator. Ich werde versuchen, dass du das Hauptproblem nehmen. Ich müsste halt mal ein bisschen Support bekommen. Ich... Ich war jetzt auf dem Weg. Jetzt nicht da reinrennen einfach mit Moocomand. Zarok. Nicht fighten da. Warte doch auf meinen Mob in. Lass mich rein. Fighten! So, drauf. So viel habe ich noch nicht, ne? Wir müssen wieder in unsere Base zurück. Wie ihr befehlt. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Greift doch an, Einheiten. Wir blocken uns hier gegenseitig. Macht den weg! Jawohl! Mein Wespien-Gas, ne? Ich spiele so schlecht gerade. Es tut mir sehr leid. Erkenne ich irgendwo hier in der Rigs. Aber bei mir ist das ja normal. Habe ich noch irgendeine Detection? Ich habe noch einen Observer hier. Schau den mal dahin, wo ich gerade stehe. Alles klar. Braucht ihr immer ein bisschen länger? Äh! Hier, in den Schatten. Sieht's bei dir mit Expansions aus. Wären nötig, ja. Ja, dann hol doch welche. Nicht wegfliegen mit dem Observer. Mach ich doch gar nicht. Kannst du die wegmachen? Ja, mach ich doch gerade schon. Ja, da bin ich noch nicht so sicher. Bleib stehen, du Lump. Du hast immer noch nicht deine Robo wieder neu gepowered. Ich habe doch alles gepowered. Ihr benötigt mehr Respingas. Powered Gebäude. Wir müssen wieder drauf, Sarra. Du bist angegriffen. Ja. Und bei W? Wie dir befehlt. Lass das durch, durch, durch. Nö, nö, nö. Wir müssen weiter buschen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Erst habe ich kein Supply frei, jetzt bin ich Supply blockt. Äh, das läuft hier wieder Premium. Wir sind weiter nach vorne. Wir müssen jetzt durchbeschießen. Ja, alles klar. Da ist ein Bonker. Der war nicht fertig, der Bonker. Der Turret, das hilft ihm jetzt nicht so viel, ne. Ich spiele gerade echt scheiße, muss ich sagen. Dem ist oben, ist eine Planetary. Können wir die crushen? Ich weiß nicht. Die baut da gerade Bonker hin, ne. Da hoch. Ein bisschen ein Problem, ne. Meine Men und meine Natural sind halt leer. Ja, zwei Bunker fertig jetzt. Da ist aber nichts drin, glaube ich. Das ist eine Widow, meine meine kurz fertig. Kann man die crushen? Ja. Ja, Beverly Crusher, los geht's! Ich spiele trotzdem schlecht, würde ich sagen. Ja, ich spiele auch echt schlecht. Ich habe so viele Mineralien dieses ganze Spiel über. Ich habe 900. Ja, ich hatte zwischendurch 4.000, glaube ich. Und war bei weitem davon entfernt. Aber ich glaube, ich habe mich für das, was ich hier bin, für den Silberhunk, habe ich mich ganz gut recovered. Ja, das Einzige war halt, dass du ein bisschen spät deine Pylons wieder nachgebaut hast, um weiterzubauen. Ja, das stimmt. Ja, da war ich aber noch im Fight. Da dachte ich, was da ist jetzt zu tun. Ja, aber das war wichtiger. Also, direkt nachdem die weg waren, hättest du sagen müssen. Ja! Fick dich, Terana! Fick dich! Das war ganz schön anstrengend. Oh Gott, drop! Ich habe dir gesagt, der kann zwei Sachen dropen und tags. Und genau das ist passiert. Wie haben wir das denn geschlagen? Ja, das ist halt Terana. Wenn man den Trick kennt von den Zweispielzügen, dann ist das quasi... Das ist wie bei der Bremen. Der Rock war zwischendurch ziemlich tot. Das ist korrekt. Aber die haben, glaube ich, weiter technisch... Recht dabei, muss man ganz klar sagen. Die waren halt Teranas, die haben so Mules, aber... Meine Abbaurate für Ressourcen. Man sieht, meine Echsen waren zwischendurch dann irgendwann leer. So leicht. Naja. Aber wenigstens habe ich bei den Drops nicht so viele Worker verloren, ja? Ja, dafür dein Armee. Naja, aber... Ja, der ist ja da zum Verlieren, ne? Hat ja funktioniert, alles gut. Ich würde sagen, das war die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann muss ich mal wieder direkt mal einen Schluck von meinem Punica-Multivitamin nehmen, ja? Schönen Tag, macht's gut. Tschüss! Donna Wir Loch Wir Vielen Dank.